ja vielleicht doch okay jetzt rein ins mittelalterliche scheißhaus und jetzt mal gucken ob sie ja auch schon hingeschissen haben tatsächlich wir waren bestimmt raus hier aber echt haben sie allein gemacht das war damals noch nicht gegossen guck mal hier ach du scheiße das geht aber richtig rein das ist der brunnen ich guck mal hier verließe und so verließe und so was guck mal von hier aus da geht ein gang lang da vorne und da auch guck mal